Ja, du hast es ja angesprochen, viele Spiele kommen auf euch zu, wahrscheinlich dann hoffentlich auch dein erstes Europa-Cup-Spiel. Wie groß ist ja jetzt schon die Vorfreude darauf, wie viel Lust hast du einfach darauf, hier Europa League zu spielen? Und hast du vor zwei Jahren das ja auch in Frankfurt alles verfolgt? Die Lust und die Vorfreude ist unglaublich riesig und vor zwei Jahren hätte ich mir das noch gar nicht vorgestellt oder träumen können, weil wir da mit Union gerade mal aufgestiegen sind, aber die Geschichte der Eintracht hat man natürlich trotzdem verfolgt. Habe ich ja auch schon im Interview vorher gesagt, dass mir da natürlich auch die Auswärtsreise der Fans unglaublich im Gedächtnis geblieben ist, wo sie mit ein paar tausend Fans mehr in die Stadt geflogen sind, als sie eigentlich Tickets hatten und das ist natürlich auch was Unglaubliches. Wie kann man sie denn als Typ einordnen in so einer Mannschaft? An welche Stellschraube sind sie? Sind sie vom Typ her der Integrator? Sind sie derjenige, der die Mama-Position haben wir ja gerade schon oder Papa-Position haben wir ja gerade schon besprochen? Wo ordnen sie sich ein? Ja, grundsätzlich glaube ich, war ich in der Vergangenheit immer jemand, der auch für alle ansprechbar ist und für jeden da ist. Jetzt für mich als Neun ist es natürlich erstmal so, dass ich mich erstmal reinfinden muss und alle kennenlernen muss, aber grundsätzlich bin ich auch jetzt schon für junge Spieler da oder auch für die Älteren. Ich verstehe mich eigentlich immer mit allen Spielern gut und bin auch in der Kabine bei Union zum Beispiel Kabin-DJ gewesen oder so. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich dann natürlich auch in der Kabine übernehme, aber sowas wie Kassenwärter ist jetzt nicht unbedingt mein Thema. Nee, Kassenwärter sind meistens immer ein Problem, wenn sie das Geld eintreiben müssen, deswegen das mache ich nicht gerne.